Wies ist die Internationale und Viva Radio Special. Die beste Schirrinnen aller Zeiten zu Vandakar und für uns der Helm von Viva Radio Special. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist die Wachstelle von Werder. Werder ist super, super drin. Die einzigartige Vandakar, Dieter Peele. Uns entschließt Dieter Peele, Südde Vandakar und Pustarell. Nach Männer und Krieger und laue Augen, ich bleibe wieder frei für den Ausdruck. Mein Schatz, wir können hier ein Pär, Fahrt, wir fährt hier ein Pär, und der Kühlschrank, der ist nie mehr. Ich bin kaputt, wir reparieren, und ich bin dran, wir machen gut, ich bin ein Wunsch, wir haben ein Böger. Die Wäscher, ich denke, ich fühle mich an. Und wer ist jetzt die Lauer und wer ist die Gegner? Nein, was? Die Gegner. Dann werden wir mal hoffen, was die Jury zweifel aufbricht, sagt. Und den Scheinbarthold. Mit fans. Musik 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 Wie heißt der Bürgermeister von dieses Dorf? Und das mit dem Titel »Heute hab ich noch fein«? Selina! Selina! Wie heißt der Bürgermeister? Zeig's mal ins Publikum! Drei Jahre! Unsere jüngste Kandidatin! Oh Hansi! Ich hab zu Peter heute gesagt! Ich will mich freuen! Aber es war so schön! Es geht nicht, ich bin ein Dorn! Ich war so groß! Also jetzt! Ich habe es schon gut! Ich bin ganz quartier! Ich bin ganz quartier! Ich bin ganz quater! Und der Brot. Ich bin ganz quartier! Ich hab ein Display! Musik 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 Wir schauen einfach ab unten, wir sehen gleich gut aus. Wir wollen heute ein, zwei, drei Leute humanisieren. Ja, dann werden wir uns wohl zwei aus dem Publikum holen. So toll aus wie ihr. Wie heißt sie? Christian. Ach, das ist der Christian. Applaus, bitte, wir hören uns an Christian. Das ist ein wachsamer Rückenbewusstsein, der im Bildernid schwer und schlacht. Das ist wahnsinnig. Wie geht? Wie wär's, wenn wir aus ihm einen Uru machen? Wie heißt du? Ich bin Rainer Fender, jeder Fender. Los geht es nicht mehr. Alles doch nicht. Einfach alles zugeben. Ich denke es oft, so kann das was man. An jedem so geliehen, von jedem Teil. Ich denke es oft, so kann das nicht sein. Ich denke es oft, so kann die Hände der Spiele gehen. Ich denke es oft, so kann das nicht sein, dass du ein paar Sachen wieder gegenlos bist. Genau wie solche Talente haben wir in dieser Show gehabt. Genau das ist das mit diesem... Brust raus, Bauch rein, Arsch raus. Und dann... Bewegen. Bewegen. Seht ihr euch in der Mio? Oh, Juli! Oh, Juli! Ja, sind wir da, Sera! Die Ome, die Ande, die Gordung, unter der Erde. J'ai nur noch von Essen, bis alle in die Welt. Sintino, Sintasche, Apport für Chocolat. und jetzt rück's ab. Ja. Kommt. Komm mal an rechts. Komm mit dem Bild. Ich glaub ja, genau. Das ist super. Stopp, stopp, stopp. Nein, nein, bitte nicht erst. Damit die vielen Kinder im Hintergrund. Das ist super.